Das könnte doch auch in Nürnberg sein, oder? GLS-Schäden non-stop aufklären, galakom.tv, no limits. GLS non-stop, Transportschäden ohne Grenzen. Wir brauchen Hilfe für zwei Existenzgründer. galakom.tv, no limits. Die GLS-Schäden, Nürnberg, es gibt Party. Guten Tag, filmberg, galakom.tv, no limits. Zeigen Sie Gesicht, jeder kann der Nächste sein. Schauen Sie nicht weg, tvgalakom.tv, gmail.com, guten Tag, Blaulichttheater, mal anders. Nehmen Sie dies als Anlass, hinzuschauen, denn auch Ihnen möge doch mal geholfen werden, wenn Postpakete Schrott werden, guten Tag, nein, sind galakom.tv, no limits, more human rights.